Moin Leute und Herzen Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Update Idee von mir. Wie ich sehe, feiert ihr das, wie man hier sieht. Und ja, meine Update Idee wäre einfach für einen neuen Skin und dieser Skin ist für Karl. Und der Skin soll einfach heißen Großmutter Karl. Also, ich finde es eigentlich perfekt Großmutter Karl. Also, hier zum Beispiel, also ich gehe mal nennen. Oh, so, zum Glück. Nehme ich hier. Statt, ähm, diesen, was ist das? Eine Spitzhacke wirft die Oma einfach ihren Stock. Oh mein Gott, Leute. Erstmal gönnen. Ähm, ja, und dann hat sie noch statt diese Brille, einfach, ja, statt diese, ähm, die man unten benutzt, eine Oma-Brille, also so eine mit größeren Gläsern und so, eine bessere. Und ja, und statt in so einer Kiste sitzt sie in einem Rollstuhl. Also, ich finde es perfekt. Guckt euch das genau an. Und wir haben zwei Zuschauer. Also, eigentlich richtig nice. Wie findet ihr das? Zeigt es mir mal mit dem Like-Verhältnis. Also, gefällt es euch? Like, gefällt es euch nicht? Oder so. Dann, schreibt in den Kommentar. Oder, äh, oder lass ein Abo da. Und wir killen ihn jetzt. Oh, ja klar. Also, Leute, das war diese Update-Idee. Ich hoffe, dir hat es sehr gefallen. Und ja, zack es mit einem Like und einem Abo. Ciao. 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 Vielen Dank.